450 gramm zum überleben und er hat jetzt gerade 140 und wie der sieht ja aus wie ein fertiges egelchen aber der würde jetzt noch milch trinken bei der mann der würde jetzt noch nicht trinken bei der mama und wie lange noch bis 200 gramm ungefähr aber nicht mehr voll also der fest mit aber die mutige tue trotzdem mit zeugen und er sieht jetzt schon gut aus unser kleiner dein partner trimmte legulas der haut anders rein und das ist ein großer aber du bist immer ein problem wie der bernd und du musst immer so da kann ich spiel die musik hm